14 Meter lang, 14 Meter breit, 3,90 Meter der Tiefgang. Sie wurde jetzt im Jahre 2008 in Estland gebaut. Sie läuft jetzt unter der Fakke von Maltach, hat eine Maschinenleistung von 2600 PS, eine Reisegeschwindigkeit von 11,5 Knoten und dieses Schiff kann rund 5000 Tonnen Anladung aufnehmen. Untertitelung des ZDF, 2020